Okay, verlängern wir da nochmal, Laufzeit senken. Ich unterschreibe jetzt einfach mal nicht, dass wir gar keinen mehr haben am Schluss. Okay, können wir nochmal ein Stückchen weiter. Urlaubsbeginn ist bald. So, jetzt haben wir hier nochmal, ähm, den guten Herrn Serge Gnabry. Möchte für die, eine Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall. Die möchte er anscheinend auf jeden Fall haben. Boah, das ist brutal einfach nur. Ähm. Wirst einige Male spielen, große Zukunft. Gewähren wir ihm diese Klausel. 150 Prozent. Mhm. Dann muss aber auch da was hinnehmen. Wobei ich meine, wenn wir absteigen, dann geht er eh. Dann können wir das ja wegnehmen, blöd. So, 15.000. 310.000. Komm, mach mal 320. Angebot unterbreiten. Freundchen. So, wird sich wieder melden. Ich denke, das ist einfach, ja, jetzt kommt er. Das ist einfach genau das, was er will. Aber da muss man, da kann man ihn auch verstehen, glaube ich. So, also Serge Gnabry. Mensch, geht ganz unter, ne? Also kommt auf jeden Fall zu uns am 1.7.2015. Sprich, in knapp einem Monat. Boah, ist das geil. Also Gnabry, wir können mal schnell reingehen in die Kaderplanung. Das ging jetzt alles recht flott, aber das ist auch mir ganz recht so. So soll es auch sein. So, und jetzt werden wir hier mal schnell ein bisschen planen. Melka kommt hier mit auf die Bank. Das ist jetzt für die erste Mannschaft. Weitere mal, wir müssen wieder unsere, ups, unsere Flügeltaktik. Machen wir erst mal. Machen wir mal Thiele, nehmen wir jetzt einfach mal vorne rein. Knoll auf links. Meier. Borsch, Juck, Weiße auf rechts. Franz Neumann, Schäf, Schick, Schwertficker, Fährmann. Okay, so. Bülow darf hier noch mit ran. Püt auf die Bank. Klitsch kommt irgendwo hier runter. Parker. Boden nehmen wir mal mit. Ja, schaut euch das an. Es ist 67, der geht richtig ab. Bin ich mal gespannt. Schwinke natürlich mit. Schwinke darf sogar gleich rein für Schäf, Schick. So, Günther noch. Okay, Zugänge. Gnabry. Juns. Rigota. Durm. Durm müssen wir mal gucken, dass wir den vielleicht gleich wieder verleihen. Weiß ich nicht. Laie, zweite Mannschaft. Unai. Da müssen wir mal gucken, wie wir es mit denen machen. Blickfeld, Jugend, Scout, Spielerkader. Mölders kommt noch mit her. Scheibe noch. Schau ich die Mannschaft jetzt an. Wahnsinn. Okay. Schau ich das an, auch Aschong, ne? Wir können jetzt auch schon da bei uns spielen mit. Wahnsinn. Okay, alle. Da haben wir jetzt alle drin, hoffe ich mal. Wie auch immer da jetzt alles in Zugänge. Durm, die haben wir noch. Komm, stellen wir halt noch Durm mit rein. Wobei, Khedira spielt sich in der zweiten, das ist klar. Ah, das ist Tribüne. Da kann ich da ja die Unbegrenzte reinhauen. Okay. So, gucken wir mal rein. Vergleich. Team heute, 22 zu 28. Gut, das wird noch ein bisschen ausgemistet. Durchschnittliche Erfahrung geht hoch. Alter geht runter, sprich wir werden ein bisschen älter. Das ist in Ordnung. Talent geht auch ein bisschen unter. Das ist auch in Ordnung. Kein Problem. Wert des Kaders geht runter. Gut, das ist durch Schalanoglu wieder, ne? Das haben wir angesprochen. Der da eben mal schnell 6, 7 Millionen wert ist. Ganz klar. Und die, wo haben wir denn die Stärke? Durchschnittliche Spielerstärke? Bleibt. Mannschaftsstärke geht hoch. Boah. 785. Alter, das wird so geil werden. Das wird so geil werden. So, wir aktualisieren nochmal. Ähm. Flügeltaktik. So, nochmal machen. Okay. Wir gehen nochmal ein Stückchen weiter. Also, Serge Gnabry ab sofort bei der Alemannia aus Aachen unterwegs. Das ist doch mal richtig geil. Der erste, der erste richtige Megatransfer für die nächste Saison ist gelandet. Wobei Juns auch so ein richtiger Hammer ist. Also, das wird echt eine geile Saison. Aha. Leute, Leute. Guckt euch mal jetzt das Ding an. Zunächst verliert Bayern in der Champions League gegen Barca. Im Finale. Das ist ja, sag ich mal, das kann ja mal passieren. Das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, gegen Barca darfst du nicht verlieren. Aber jetzt verlieren die Bayern auch noch im DFB-Pokalfinale gegen den Sportklub aus Freiburg mit 2 zu 1. Das heißt, Bayern ist damit raus. Bayern ist damit, hat weder die Champions League noch den DFB-Pokal geholt. Die hatten die Chance zum Trippeln, ne? Und haben jetzt nur die Meisterschaft. Und ganz ehrlich, genauso kann es ja bei uns auch noch ausgehen. Meisterschaft haben sie schon ganz klar. Champions League-Finale gegen Dortmund. DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart. Wir hoffen einfach mal nicht für alle Bayern-Fans, im Namen aller Bayern-Fans, dass das nicht die Prognose für die Saison ist, was wir hier erleben, so ein bisschen. Nur eben mit anderen Mannschaften. Okay, auch nicht schlecht. Klub ja im Halbfinale rausgeflogen mit 3-0 gegen Freiburg. Aber Freiburg freue ich mich, dass die es gepackt haben. Ganz klar. Wo sind denn die Freiburgern in der Tabelle? Da, auf Rang 6. Dann ist Hoffenheim damit in der Europa League. Okay. Interessant. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. 460.000 minus. Bülow fühlt sich unterbezahlt. Müssen wir vielleicht nochmal schauen, dass wir ihn auch einigermaßen noch hinkriegen. Wie viel kriegt er denn? 210.000, Vertrag halt harter bis 2016. Da können wir eigentlich auch mal versuchen, gleich zu verlängern, oder? Oder einfach Grundgehalt erhöhen. Grundgehalt erhöhen machen wir danach noch einmal. Ach, kommen wir mal noch. Ne, und er sagt mir, okay. Wir verdienen jetzt 250.000. Naja, muss ich jetzt erst mal so hinnehmen. Dann mag aktualisiert, wenn er es nicht hinnimmt, dann erinnert mich bitte dran, wenn ich mich wieder wundere, warum er jetzt so unzufrieden ist. Kann sein, dass ich das mal wieder vergesse. Spieler können Urlaub gehen. Okay, das haben wir auch angesprochen. Jetzt schauen wir mal, ob die Mannschaft schon so geplant ist. Ne, da fehlen natürlich noch die Neuzugänge, die alle noch kommen werden. So, Borshuk mit einem Spiel. 3,5 hat er bekommen, 90 Minuten gespielt, kein Tor gemacht. Und Czarlanoglu hat für die Türkei gespielt. Aha, eingewechselt worden. Also sein erstes Spiel. Hätten wir ihm noch versprechen können. Dann wäre er uns richtig, hätte er uns richtig, oder er wäre richtig überzeugt von uns gewesen. So rum. Und hätte volles Selbstvertrauen. Und Vertrauen auch in uns. Naja, wechselt er eh zum HSV. So, Mentoren sollten wir noch erledigen. Das machen wir aber erst in der nächsten Saison, wenn wir wieder richtig durchblicken. Wenn wir auch da so ein bisschen, sag ich mal, ausgemistet haben. Ganz klar. Torschützenkönige. Matri, ganz vorne. Ibrahimovic, Rooks. Ist das dieser? Das ist aber ein anderer, ne? Ja. Jordi, Krux. So ist der, wo wir dran waren. Falcao, Osvaldo, Cavani. Okay, okay, okay. Messi da unten nur. Hoffa von Swansea. Kennen wir noch aus Frankfurter Zeiten. Und? Mainzer? Ich weiß es nicht. Ne, Mainzer nicht. Lautern. Okay. Okay, 23 Tore in 37 Spielen. In der Premier League, nicht schlecht. Thiele, Angebot. Wir verhandeln mal. Werden aber auch hier gleichzeitig mal den Transferstatus ändern. Dann müssen wir gleich wieder hochgehen. Wieso ist der denn auf der Transferliste zum Verkauf so beendet? Ohne Perspektiven Thiele und Mölders. Wieso denn? Weil da die Jungen nachrucken oder was? Sehe ich aber nicht so. Bülow, Weber, Borchuk, Kandidaten für Transferverlängerung. Äh, Vertragsverlängerung. Okay, werden wir alles mal gucken. Knabri, wer ist mit dabei? Ähm, werden wir alles mal gucken. Okay, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Aber ich weiß es nicht mehr. Ach ja, genau. Ich wollte mal reingehen in die Verträge. Und alle Forderungen erhöhen. Weil ich eigentlich keinen abgeben möchte. Wir gucken jetzt nochmal schnell durch, aber... Alter, Melk habe ich nicht abgeben. Franz nicht. Weber. Könnte man überlegen. Ich weiß es nicht. Aber läuft, glaube ich, eh. Der Vertrag doch diese Saison noch aus, ne? Ja. Ja gut, ne, dann passt's ja. Mölder, Spülow, Schwertweger, Fährmann, Brauersack, Knoll, Neumann, Thiele, Borchuk, Parker, Schäfczyk, Schwinke. Da bin ich auch noch überlegen von den zwei, wie wir das handhaben sollen. Die sind einfach auf der gleichen Ebene, ne? Einen von einem müssen wir uns wahrscheinlich schon fast trennen. Ist zwar blöd, aber so beide so nebenher laufen lassen. Ich glaube, tut nicht gut für die Stimmung. Müssen wir alles mal schauen. So, Borchuk mal wieder gespielt in der 3,5-2-1 gegen Italien gewonnen. Sehr geil. Freut ihn natürlich auch bestimmt. Sein 18. Spiel jetzt schon für die Nationalmannschaft. Spielerberater überall und nirgendwo, das kennen wir schon. Und hier haben wir nochmal ein bisschen was neu. Idee für Fanartikel. Datenbank aktualisiert. Zack. Zack, wir gucken mal schnell rein. Infrastruktur wird dann noch eifrig gebaut. Jawohl. Da können wir doch eigentlich das noch ausbauen, oder? Gehen wir mal schnell rein. Wir hatten das für 350.000 oder so, das gekostet, dieses Trainingszentrum. Trainingsplätze. Oder warte mal, wir gehen mal hier oben, dann zeigt das uns schon. Trainingszentrum. Ne, das baut er gerade aus. War das dann dieses, waren das die Trainingsplätze? Ja, aber können wir eh noch nicht. Okay. Werden wir alles mal gucken. So, Rufier wechselt von Saint-Étienne zum FC Porto. Força zu Nürnberg, Fragezeichen. Lautern hat Interesse an Chauner, dem Kopfballgott von Pauli. Okay, und wir haben immer noch ein bisschen Minus. Ihnen gehört die Zukunft. Dortmund Schöbel. Versuchen wir mal ein bisschen abzuwerben. Ich weiß es nicht. Ähm, Pio Droukowski. Kein Interesse. Bayern. Kein Interesse. Na gut, ist klar. Vielleicht haben wir noch irgendeine schlechte Mannschaft. Mama, du, Samir. Darf nicht international wechseln? Aha. Wieso denn das? Da haben wir noch jemanden? Darf nicht. Alter, die dürfen alle nicht. Brauchen wir hier Leverkusen vielleicht. Jürgen Rittenauer. Will auch nicht. Frankfurt. Pelowski. Ja, da wollte ich nochmal wegen Stendere auch gucken. Schauen wir rein. Komm, wir gucken jetzt einfach mal, wer hier, wem die Zukunft gehört. 1,5 Millionen. Vincent Marley von Paris. Barca. Manu. Marseille. Okay. Wie gewohnt eigentlich. Okay. Mensch, die Saison, die zieht sich jetzt noch so, ne? Das Saisonende. Ich würde es eigentlich auch schneller rumbringen jetzt noch. Denn großartig planen tun wir ja eigentlich jetzt nicht mehr. Zumindest erstmal. Weiß ich nicht. So, Schwenke abgelehnt. Zack. Was heißt planen auch, ne? Wir brauchen großartig gar nicht mega viel Verstärkungen. Wir sind einfach schon top aufgestellt. Schauen wir mal. So. Finalrunde. Der Südamerika-Pokal 2,15. Brasilien, Bolivien im Viertelfinale. Argentinien, Venezuela, Japan, Uruguay und Kiel gegen Ecuador. Im Südamerika-Pokal. Wieso spielt da eigentlich Japan mit? Hm. Komisch. Okay. Danmark aktualisiert. Wir gehen nochmal ein Stückchen weiter. Da brauchen wir auch nicht mehr reingucken. Großartig. Können wir jetzt einfach nur noch weiterklicken bis zum Ende der Saison mehr oder weniger. Dann noch am Ende das Quiz. Das kennt ihr ja. Sein ist Feierabend. Janschke wechselt zu den Bayern für 11 Millionen. Okay. Auch nicht schlecht. Forza wirklich zu Nürnberg. Das haben wir gerade angesprochen. Schauen wir mal, ob Gnabry da irgendwo mit dabei ist. Ob da was steht? Nee, erstmal nicht. Wollscheid von Bremen beobachtet. Das ist natürlich auch ein begehrter Mann. So, Uruguay, Chile und Brasilien, Argentinien. Das ist die Halbfinalbegegnung. Da hoffe ich oder da sage ich doch einfach mal, das Finale ist Brasilien gegen Uruguay. So. Rensing fühlt sich stark unterbezahlt. Lass mal weg. Okay, und da haben wir es. Da haben wir wieder das Blöde. Sie haben die Lizenz für die kommende Saison nur unter der Auflage erhalten, dass sie nicht mehr Geld für Spiele ausgeben dürfen, als sie auf dem Transfermarkt auch einnehmen. Also das hängt dann wirklich doch mit dem Bargeld irgendwie zusammen. Anscheinend. Ist blöd, ne? Ich habe es irgendwie kommen sehen. Ich weiß nicht warum, ich habe es kommen sehen. Also leider hängt es doch damit zusammen und wir haben diese Auflagen dann nicht so richtig erfüllen können. Aber gut, halb so wild. Okay, da lehnen wir gleich mal ab. Warte, auch nicht. Müssen wir auch noch Transferstatus ändern. Auch noch hoch. Ach, zweite Mannschaft muss ja auch noch alles hochzimmern bei den Verträgen. Okay, aber Gott sei Dank haben wir mal wieder schon so gewirtschaftet, dass wir wirklich Leute geholt haben. Beziehungsweise, dass wir wirklich, dass die Spieler oder unser Kader schon so steht, wie wir ihn haben wollen und nicht großartig noch Verstärkungen brauchen. Sonst dünden wir wieder blöd da. So, zweite Mannschaft. Altforderungen erhöhen. Okay, und das auch nochmal erhöhen. Okay. Das gehen wir dann detailliert in der nächsten Saison an, mehr oder weniger. Okay, dann gucken wir am besten einfach jetzt nochmal so ein bisschen, ob wir uns noch jemanden angeln können. Beziehungsweise, wo wir noch jemanden brauchen. Erste Mannschaft, beziehungsweise Kaderplanung ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wo brauchen wir noch jemanden? Eigentlich halt echt nirgends, ne? Eigentlich halt echt nirgends. Das ist ja kein Problem, aber es ist halt komisch, ne? Dass du echt eigentlich nirgends wo einen brauchst. Wir gehen mal rein. Realistische Transfers und... Aber Vereinslos gibt es da jetzt jemanden? Wahrscheinlich aber immer noch nicht. Ne, wäre auch Blödsinn. Das nehmen wir nochmal weg. Realistische Transfers. Zack. Beziehungsweise, machen wir mal Talent. Rensing, Metzelder, Delpierre, Jiracek, Baumjohan. José Lu, Contento auf links. Okay. Ich weiß nicht, links ist so ein bisschen von der Stärkeheit unserer Problemposition. Aber die machen gute Spiele, ne? Ein Schäfczyk und ein Schwenker. Wir können ja mal nur nach linken Verteidigern mal suchen zum Spaß. Lel. Wartet mal, wir machen auch mal hier nur beste Position. So. Nach Stärke. Chris Löwe von Dortmund. Ja, das wäre natürlich schon nochmal eine richtige Verstärkung. Halt natürlich nur als Laie jetzt erstmal gedacht. Wir können ja mal gucken, ähm... Äh, ich meine hier Dortmund, ob der bei denen überhaupt spielt. Der gute Mann. Rodriguez haben die da nämlich schon mal zum Beispiel. Und Schmelzer. Ja gut, dann wird der nicht spielen. Noch. Will ihn nicht abgeben. Kaufen nur, wenn wir an die Schmerzgrenze gehen. Aber das können wir uns nicht leisten und das wollen wir jetzt auch hier gar nicht. Okay, also das geht schon mal nicht. Er wäre sicherlich cool gewesen. Wollt schon zu alt. Der hier war auch noch von euch, ähm... Umgarantpliazikias, oder wie auch ausgesprochen wird. Müssten wir erst nochmal scouten. Ab ins Blickfeld. Spieler scouten. Nächsten Spieler beobachten. Äh, nächstes Spiel braucht er nicht beobachten. Hallo? Ja. Hoffentlich macht er das jetzt. Okay. Ken Reichel, Contento, Schulz von Hannover. Ja, wenn Löwe, hätte mir gut gefallen. Hm. Schauen wir mal vielleicht, äh... Ich weiß nicht, wieso er das immer nicht anzeigt. Also alle Länder. Ich habe jetzt hier nichts eingestellt. Gehen wir mal nach England. Und da kommt nämlich nichts. Wieso auch immer. Reto Ziegler. Ich schaue denn eher aus. Wechsel zu Stoke City. Hm. Hm, 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 hm. Wir können auch mal gucken in die Schweiz. Und nach Österreich. Lustenberger, Claudio und Spücher. Der war doch mal bei Frankfurt, ne? Ja, müsste er sein. Sieben von zehn Führungsqualitäten habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Krass. So, Österreich. Brückmann bei Rapid Wien. Ah, ich weiß es nicht. Komm, wir gehen mal schnell in die Tabelle rein. Gucken mal in die erste Liga. Äh, erste Liga. So rum. Und schauen mal in die Teams. Nach bester Position. Linksverteidiger. Irgendeinen, dem man sich leihen kann. Dortmund. War mal schon Hamburg. Aogo Pinola. Schalke. Da ist wieder der. Ansaldi. Taylor. Bremen. Schmitz. Lukas Schmitz. Fünf von zehn. Führungsqualitäten. Da gucke ich ja auch gerade mal so ein bisschen drauf. Oliver Sorg. Na gut, das Ganze vergessen. 77. Ähm, Rafheit. Henlon. Leverkusen. Wie haben die denn? Katletz. Fuchs. Und irgendeinem Griechen. Äh, Contento. Chipka. Rodriguez. Hannover hat Schulz. Und Panda. Gladbach. Wendt. Und Fabian Johnson. Stuttgart. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wen hat denn Fürth? Barber. So, ja auch noch so ein Talent. Weiß nicht, wie er im FM ist. Hildebrandt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch jemanden da holen soll. Cunho Diaz. Frankfurt. Wen haben die denn noch? Naja. Rode spielt da immer noch bei Frankfurt. Wäre auch geil, ne? Aber kannste knicken. Gut, die steigen ab. Von daher könnte es da ein bisschen Glück haben, dass da einer kommt. Aber nicht so einer. Ne, glaube ich, macht wenig Sinn. Macht wenig Sinn. Wir gehen noch mal ein Stückchen weiter. So, Argentinien Uruguay. Naja, fast. Und Brasilien, Chile. Oder Chile im, ähm, der Finalrunde. Im Spiel um Platz 3 oder was? Ich weiß es nicht. Werden wir mal reingucken. So, Hofmann ist auf der Transferliste jetzt. Da müssen wir mal... Der wäre auch mega nice, ne? Werden wir alles nochmal schnell angucken. So, zack. Angebot verschwanden, haben wir abgelehnt. Sie lagen richtig. Sie hatten ihren Spielern den Nicht-Abstieg angekündigt. Genauso ist es eingetroffen. Das, äh, ausgegebenen Saisonzept auch zu erreichen. Haben wir sogar übertroffen. Gewinnen noch hinzu. Wer nicht fit ist, spielt nicht. Hat gestimmt. Ne, spielte doch. Äh, hat ein bisschen gelitten. Okay, Disziplin weiter hoch. Äh, gewinnen Vertrauen. Und Hofmann auf der Transferliste. Von 60. Aber guckt euch an, was wir da bieten müssten. So viel haben wir nie. Nürnberg auch im Gespräch bei ihm. Das wird alleine da schon brutal werden. Spielertausch geht ja wieder nicht. Wie lange hat er denn noch Vertrag? Bis 2017. Oh, er wäre auch geil, ne? Okay. Ne Laie wäre schön gewesen. Aber das geht nicht. Und ihr seht's. Fußballquiz, meine Lieben. Gehen wir mal rein. Je besser es hier im wirklichen Testo. Kann ich nicht lesen. Wie weit kommen wir? Weiß gar nicht, was war denn das weiteste, was wir gekommen sind. Keine Ahnung. 14 Fragen sollen wir beantworten. Äh, das sollten wir auch hinkriegen. Zumindest ein paar. Welches dieser Teams war in dieser Saison in die Bundesliga aufgestiegen? Äh, in dieser Saison. Frankfurt nicht, Stuttgart nicht, Nürnberg nicht. Dann muss es Fürth gewesen sein. Nürnberg? Ach ja, stimmt. Oh. Na, ging ja gleich richtig toll los. Okay. Stimmt, ja, natürlich. Gegen die haben wir sogar gespielt dann. Blöd. Ich war jetzt halt wieder natürlich nicht im FM, sondern in unserem Jahr. Und da war es natürlich Fürth. Egal. Okay. So schnell kann der Spaß vorbei sein. Was haben wir hier noch? Alles, auch nichts weiter Interessantes. Mannschaften haben wir angeschaut. Brasilien gewinnt 2-0 gegen Kiele in dem Spiel. Und dann kommt noch das andere. Was haben wir hier? Gibt es irgendeinen brutalen Transfer? In die Bundesliga vielleicht auch irgendjemand. Nö, Arsenal hat Interesse an Mathieu Debichy. Luszek zu Gladbach. Steven Defour zu Lazio Rom. Und Kyle Norton von Stoke City beobachtet. Okay. Europa EKG. Wer hat die meisten Spiele gemacht? Manchester City. Joe Hart 65 Stück. Alter, Lutz. Das ist brutal. Tottenham 60. Sind wir natürlich nicht dabei. Die Bayern 54. Wieso nur so wenig eigentlich? Diesmal noch überall im Finale. Ja gut. In England hast du ja natürlich auch noch 4 Spiele mehr. Plus League Cup und so. Ist klar. Wenn der dazu zählt. Keine Ahnung. Okay. So. Scouting abgeschlossen. Von ihm hier. Auf Stufe 10 jetzt. Wäre ein richtiger Allrounder nochmal. 5 von 10 Führungsqualitäten Deutsch. Kann er auch. Vertragsende 2.15. Also dann kriegen wir ja Ablöse frei. Wenn. Hm, hm, hm. Ich weiß es nicht. Aber macht glaube ich nicht Sinn. Weil er sich nicht mehr so steigern wird. Noch von der Stärke her. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Okay. Abstiegsbrämie. 126.000. Und nochmal 15.000. Krass. Okay. Gehen wir nochmal ein Stückchen weiter. Und Uruguay gewinnt das Ding. Sehr schön. Den Südamerika-Pokal 2.15 gegen Argentinien mit 1 zu 0. Ach, das freut uns doch. So, und Jendry Sek wird der beste Spieler im, äh, wo sind wir denn? Im Juni. Auch nicht schlecht. Also wirklich krass. Ne, hier haben wir es. Die Bayern verlieren im Pokalfinale gegen Freiburg mit 2-1. Mann, Mann, Mann. Hätte, glaube ich, so auch keiner geglaubt. So, was haben wir hier? Da sind wir leider nicht. Das wäre jetzt geil gewesen. Wenn wir da mit dabei wären irgendwo. Mal gucken wir rein. Kommt keine deutsche Mannschaft mit dabei. Bei Villarreal. Ja, Villarreal ist dabei. Lechposen und die hier, ähm, ja. Allytos. Irgendwo auch immer die herkommen. Aus Litauen. Okay. IKRT noch mal ein ganz schöner Kaliber mit dabei. Nicht schlecht. So, Laie läuft aus. Das haben wir gerade gesehen. Und der eine oder andere sollte noch zurückkommen, ähm, den wir verliehen haben. Und dann ist eigentlich die Saison schon fast vorüber, ne? Die dritte Saison mit Aachen. Gleich ist es soweit. Wir sind schon so ein bisschen auf dem Rutsch in die nächste Saison rüber. Ich glaube, wir müssen wieder die DFB-Pokal-erste Runde Auslosung wieder mit reinnehmen in die Saison noch. Weil man es sonst anders mit dem Laden nicht hinkriegt. Werden wir sehen. Also, erste Mannschaft, vierter Platz sollten wir schaffen. Ne, unteres Mittelfeld sollten wir schaffen. Vierter sind wir geworden. Natürlich überragend. In der zweiten Runde im DFB-Pokal an Dortmund gescheitert. War nicht weiter schlimm. Versteht, denke ich, auch hier der Vorstand. Wenn du Dortmund da zugelost bekommen kriegst, ist das schwierig. Spieler, bester ist Schwertfeger. Tore Mölders und Knoll mit den Vorlagen. Knoll, auch ganz wichtig, ne? Finanzergebnis, das ist immer brutal. Das ist jetzt minus drei Millionen, wo wir, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Denn unsere Budgets sind eingehalten worden. Keine Ahnung. 69% Auslastung, 14 Neuzugänge. Feststehende Zugänge zur neuen Saison 5. Anzahlabgänge 19. Feststehende Abgänge 9. Beste Entwicklung Scheibel. Zwei Jugendspieler wurden für die aktuelle Saison mit einem Profivertrag ausgestattet. Genau. So, da haben wir natürlich auch dasselbe Rensing-Keule Schumacher. Das ist gleich geblieben. Das ist ja alles noch von der ersten Übernommen. Okay. Budget ist alle okay. 51 Punkte. Schaut euch das an. Da sind wir überall okay, ne? Und stehen trotzdem im Minus. Und weil hier der Vorstand irgendwie Kacke gebaut hat, können wir dann nicht uns Spieler kaufen. Blöd, blöd, blöd. So, älteste Melka, Joker, Parker. 16 Einwechslungen, sieben Tore. Das ist schon brutal. Das ist richtig brutal. Tops und Flops. Bester Sturm. Bestes Heimteam war Lautern. Und wir sind leider nicht dabei. Schlechter ist der Sturm und schlechteste Abwehr. Gleichmals an der Außen. Auch nicht schlecht. Und wir haben, wie gesagt, nirgends mit dabei. Verste Team Eierfurt und die steigen als Letzter ab. Da ist auch was schief gelaufen. Wenn du als Letzter absteigst und die verste Mannschaft bist. Hm. Okay, Saisonanalyse. Schlechter als der Tabellenplatz. Es aussagt, negatives Finanzergebnis. Wobei wir hier dafür nichts können. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Außer, dass wir noch mehr auf unsere Budgets achten. Aber wenn uns das Budget gegeben wird, dass wir so viel ausgeben können. Und wir sogar trotzdem letztendlich, wir sehen es ja hier, überall im positiven Sinn. Ich weiß es nicht, warum. So, taktisch Team verbessert. Reserve verbessert. Jugendabteilung verbessert. Bessere Mitarbeiter. Tolle Stimmung. Taktisch extrem verbessert. Glück mit Verletzungen. Budgets alle eingehalten. Sponsoreinnahmen. Hier haben wir Budgets eingehalten und negatives Finanzergebnis. Toll. Top-Spieler haben lange Verträge, Zugänge, Sponsoreinnahmen verbessert. Na, perfekt. So, und jetzt lädt es langsam. Wir können noch mal ein bisschen quatschen. Noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie die Saison so war. Ich denke mal, der vierte Platz an sich, wie gesagt, überragend. Und dann könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr wollt, was so eure Ziele sind. Wobei ich das, glaube ich, schon neulich mal gefragt habe. Und es kam immer so ein bisschen raus. Mensch, dieses Jahr nicht ganz geklappt. Dann steigen wir halt nächstes Jahr auf. Und deswegen, glaube ich, ist das Ziel schon fast der Aufstieg. Ich weiß nicht, wie es der Vorstand sieht. Bin ich mal echt gespannt. Aber es könnte durchaus sein, dass wir aufsteigen sollten. So, Fernsehgelder werden verteilt. Gucken wir mal rein, was wir so gekriegt haben. 4 Millionen und 2, sprich 6 Millionen knapp insgesamt. Joa, bisschen mehr. Ist doch in Ordnung. Passt. Saison-Zusammenfassung. Champions League gewinnt Barca, Europa League, Milan, internationale Supercup Real und die FIFA-Club-Weltmeisterschaft. Ebenfalls Real Madrid. Meister haben wir schon angeguckt, ne? Wartet mal, nicht doch hier. Ne, Auf- und Absteiger nur. Bin ich blöd? Ah, ne, hier haben wir es doch. Aber alles ein bisschen hier durcheinander, brauchen wir nicht. Ach, das ist nochmal hier sortiert nach allem. Ah, ich verstehe. Liga-Pokal gewinnt immerhin Manchester United, Pokalsieger Man City und den Titel Arsenal. Also schön aufgeteilt alles. So, Auf- und Absteiger. Ähm, Wolfsburg, das sind jetzt die Aufsteiger. Wolfsburg 2, Bremen 2, Hoffenheim 2 und Schalke 2 steigt in die 3. Liga auf. Äh, Pauli und Rostock steigen in die Bundesliga auf. Und Augsburg, Berlin und Lautern in die 1. Okay, das haben wir auch mitbekommen. 2.000 Ding runter, genau. Okay, Jugendarbeit. Barcelona immer noch die Beste, ganz klar. Das haben wir ja auch, denke ich mal, so erwartet. Deutschland ist hier mit Bremen. Äh, wobei wir da auch immer gar nicht so schlecht mit dabei waren, ne? Das war auch immer ganz nett. Okay. Liga-Entwicklung. Ähm, die durchschnittliche Mannschaftsstärke der Liga blieb unverändert. Der Punktewert des Landes in der 5-Jahres-Wertung blieb unverändert. Also 0%. Mannschaftsstärke bleibt alles. Zuschauerschnitt stieg um, äh, 6%. Sehr geil. Und die Budgets der Vereine um 20%. Also da wird sich nochmal ein bisschen was entwickeln für die nächste Saison. Das ist aber alles nur die Bundesliga. Oh, Budget sank. Dafür geht das alles hoch. Fernsehgeld der Zuschauer und Sponsoren. Sehr schön. So, Rangliste sind auf Rang 3. England auf Rang 1. Portugal auf der 2. Und die Top 11. Oh, da haben wir ein paar. Gareth Bale aus dem FIFA-Let's Play. Kennen wir ihn natürlich im linken Mittelfeld von den Tottenham-Obspurs. Montolivo, Thiago, Pastore, Raphael, Ramsey. Wieso auch immer Ramsey da hinten in der Verteidigung spielt. Hat null irgendwas mit einem Innenverteidiger am Hut, aber egal. Ähm, Fazio wahrscheinlich auch nicht. Doch, er schon. Dann haben wir noch auf links. Den haben wir auf links gehabt. Ihr habt Ivanovic, Paulsen, Nasri vorne drin und im Tor Moya von Getafe. Okay. Also 11. Tages, äh, 11. Jahres 2015. Und jetzt wird weitergeladen und weitergeladen und weitergeladen. Und ihr seht's. Das müssen wir noch mit reinnehmen in diese Saison. Nämlich die Auslosung des DFB-Pokals. In der ersten Runde. Ich bin gespannt. Einige sind wieder mit dabei. Ähm, gegen wen geht's denn nun ran? Wie machen wir's denn? Machen wir's schnell oder machen wir's langsam? Komm, wir machen wieder die ersten drei Begegnungen langsam. Und wenn wir da nicht dabei sind, schnell. Hoffentlich natürlich erstmal ein einfacher Gegner. Osnabrück-Bochum ist sicherlich schon mal eine geile Begegnung. Da geht's schon mal zur Sache. Burghausen, pass auf, die spielen gegen Haching. Gegen Unterhaching. Ne, gegen Stuttgart. Okay. Wird auch nicht so einfach für Stuttgart, aber natürlich trotzdem der klare Favorit. Jetzt kommt Haching. Da können wir gerne gegen spielen. Das wäre auf jeden Fall machbar. Gegen Augsburg. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir schnell. Tun wir nicht lange rum. Und gucken an, gegen wen es geht. Hoffentlich nicht gegen den Guten. Gegen den VfA allen. Das wird nicht einfach werden. Das wird nicht einfach. Aber natürlich machbar sind der Favorit. Hamburg gegen Pauli. Das Derby. In der ersten Runde. Wahnsinn. Ist eigentlich noch ein Nummer gegen Fürth oder so. Wo haben wir sie denn? Fürth gegen Darmstadt. Der Klub. Wo ist denn der Klub? Hier gegen Erfurt. Aber Hamburg-Pauli ist brutal. Die Bayern. Gegen wen, Wiesbaden. Wo ist denn der Titelverteidiger? Wo ist Freiburg? Die müssen gegen Trier ran. Okay. Gladbach-Rostock. Ei, ei, ei. Okay. Wolfsburg-Ingolstadt. Auch geil. Mal gucken. Mal gucken, wie viele Favoriten rausfliegen. Ist natürlich auch die Sache. Ganz klar. So. Saisonbeginn 15-16. Das nehmen wir noch mit. Und dann, glaube ich, ist erstmal Feierabend. Oder nee. Wir müssen, glaube ich, noch unsere Ziele einstellen. Und so. Werden wir alles sehen. So. Das kennen wir aber alles. Da brauchen wir nicht großartig mit reinschauen. Wer spielt denn für Deutschland? Freiburg, Bremen, Hoffenheim in der Europa League. Und Bayern, Dortmund, Hamburg, Schalke in der Champions League. Aber haben wir ja alles schon, wie gesagt, zuvor angeguckt. Von daher passt das. Ihr merkt. Und so langsam aber sicher. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Wir lassen etwas hinter uns, was wirklich richtig geil war in der Saison. Ich glaube, es war auch letztendlich die letzte, die längste Saison. Aller Zeiten, oder? Wir müssen, ich muss mal gucken, wie lange ich für diese Saison jetzt gebraucht habe an Spielzeit. Im Gegensatz zu den anderen Playlists. Muss ich mal gucken. So. Und ihr habt das. Aufstieg. Hier ist er mittendrin. Relegation erreichen ist das Mindestziel jetzt. Das machen wir auch erstmal, glaube ich. Erster, Zweiter oder Dritter zu werden dann. Okay. So, das Präsidium. Oder machen wir erst. Komm, wir machen erstmal die Ziele und danach das hier. Nationaler Pokal, dritte Runde ist die Frage. Können wir eigentlich lassen, glaube ich, dritte Runde. Das passt. Ja. Also, die Ziele für die kommende Saison, für die vierte Saison mit Aachen. Aufstieg, beziehungsweise Relegation erreichen und dann natürlich auch die Relegation gewinnen. Ist klar. Das ist das Ziel. Und im DFB-Pokal in die dritte Runde zu kommen. In der dritten waren wir noch nicht. Ich glaube, wir waren im ersten Spiel ausgeschieden, dann gegen Dortmund. Und in der zweiten Runde ausgeschieden, jetzt sollen wir in die dritte kommen. Also, es steigert sich. Hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Fernsehgelder. 8,3 Millionen. Sponsoren. 5,3 Eintrittskarten. 6,2. Alles die erwarteten Einnahmen. Kontostand sollte dann bei 8,9 liegen. Da bin ich mal gespannt. Präsidium behält 12% des Budgets zunächst in der Reserve. Sie können bis zu 30% jedes Budgets auf andere Budgets verteilen. Wegen der Lizenzauflagen dürfen sie in diesem Jahr nur Geld für Transfers ausgeben, das sie durch Spielverkäufe eingenommen haben. Durch den Verlust der vorigen Saison ist das finanzielle Vertrauen des Vorstands um Minus 5 gesungen. Ich kann doch nichts dafür. 146.000 des letztjährigen Infrastruktur Budgets wurden für diese Saison übernommen. Sehr schön. Also, Relegation, dritte Runde, DFB-Pokal. Und damit würde ich fast sagen, beenden wir erstmal die Saison, beenden wir die Aufnahme. Der letzte Part in der Playlist der dritten Saison ist damit erstmal vorbei. Mir hat es richtig viel Bock gemacht, die Saison zu spielen. Ihr seht, wir haben ja mega viele Nachrichten, die wir angehen werden. Alles dann in der nächsten Playlist, im nächsten Part, in der nächsten Saison. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir verabschieden uns und hoffen, dass es eine richtig, richtig geile Saison wird. Dass wir richtig viel erreichen können, dass alle unsere Ziele in Erfüllung gehen. Und damit bin ich erstmal raus. Bis in den nächsten Part, genau. Bis zum nächsten Part. Euer Badeschlappen. Servus! Mein Badeschlapp